Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschla und heute wieder für euch in Battle for S.W.D. unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Vision Opening. Wir sind wieder ein paar fünf Maskenruns gelaufen oder laufen die noch, vom jetzigen Perspektive aus gesehen. Das ist jetzt der erste Run. Hier müssten wir ein 470er Item rauskriegen. Und ich muss sagen, ich hatte gerade einen Monk Heiler, den ich durchgeboostet habe, der sehr angenehm war. Mit dem bin ich gut durchgekommen. Lieber habe ich es zwar eigentlich, wenn die Leute AFK sind, aber das lief tatsächlich. Muss man auch mal zugestehen den Leuten. So, wir haben natürlich einen Rücken-Upgrade. Das setzen wir jetzt als erstes ein. Und wir haben Handschuhe drin. Der Rücken ist jetzt Upgraded auf 89 Verderbniswiderstand. Und insgesamt habe ich jetzt 99, weil ich ja noch eine Essenz drin habe, die mir 10 Stück mehr bringt. Und was haben wir hier? Oh ne, was ist denn das für ein Mist? Ach, das ist das mit der Abklingzeit, oder? Ja, ne, das ist glaube ich für mich nicht gut. Okay, das Item können wir schon mal nicht brauchen. Und die Stats sind leider auch nicht so geil. Mastery Tempo. Ha, ja, das haut mich jetzt leider nicht so vom Hocker. Also das ist schon mal nix, was ich brauchen kann. So, dola. Nächster Run ist fertig. Dann schauen wir mal, was wir drin haben. Wieder ein Haufen Echos und Münzen. Bald kann ich mir, denke ich mal, wieder ein paar Sockel holen, ne? Beziehungsweise, ja, Pads haben wir auch noch. Beziehungsweise noch mehr Runs laufen, weil die Echos brauche ich mittlerweile nicht mehr. Was haben wir denn? Wir haben 42.000. Ja, bald kann ich mir wieder zwei Sockel holen. Und was haben wir drin? Handgelenke mit den Zentakeln. Das ist jetzt auch nicht so geil, tatsächlich. Wop, wop, wop. Wieder nix Gutes. So, dola. Wir haben wieder einen erfolgreichen Run hinter uns. Wir schauen jetzt mal rein, was wir in den Kisten haben. Ich hoffe doch, dass mal eine krasse Zwiegzerwüstung rauskommt. Oder vielleicht mal ein Trinket, ne? Und, 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 und? Was ist drin in der Kiste? Äh, ein Gürtel. Hm. Krit. Krit. Es hätte gute Stats, aber leider ist das halt ein bisschen zu low für nur die Stats, ne? Dass ich es dann runternehme und irgendwas anderes draufhau. Schade. Aber Mastery Versa wäre halt schon mal sehr, sehr gut an der Stelle. So, dola. Dann haben wir nochmal spätabends einen Run durchgebastelt. Jetzt der vierte Run müsste das die Woche sein. Wir schauen einmal rein, was wir drin haben. Wieder ein Haufen Echos. Mittlerweile habe ich schon ziemlich viele. Ich kann euch das mal zeigen. Ähm, wir sind bei über 30.000 Echos. Ich habe ja einige Arena Games gespielt die Woche. Und dementsprechend haben wir da welche gekriegt und durch viele andere Geschichten auch noch. Und jetzt schauen wir, was wir für ein Item drin haben. Wir haben ein Item drin für 55 mit Sockel. Was eigentlich ganz nice ist. Und Tentakeln. Das ist jetzt leider nicht unbedingt das, was ich haben wollte. Aber naja. Wir haben es mal wieder probiert die Woche. Ähm, bald kann ich mir noch ein paar Bonus-Sockel kaufen. Und ja. Mal gucken, wo wir die draufmachen. Ich denke mal irgendwo aufs Tank-Gear. Da muss ich nur schauen. Leider, gear-technisch ist jetzt nichts Krasses dabei gewesen. Schreibt mir die gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Und ja. Wir sehen uns gerne beim nächsten Video wieder. Eutla. Bis dann. Äh, ciao.